Herzlich Willkommen zurück liebe Freunde hier bei Let's Play The Hunter Primal Wir wollen nach vorne in die Base reingehen Mal schauen was uns das erwartet, ich hoffe wir finden ein bisschen Money Zumindest sind zwei Kästen drin Ja? Sieht man ja schon? Ja Sehr geil, oh ja, mega Wie gesagt, Auffassung wegen T-Rex Ich habe die Vermutung dass da an den Basen T-Rexe rumfleischen Ich höre irgendwie Schritte, aber keine Ahnung Das zeigt dann schon mal gut Oh, warte Da ist eine Spur Ich bin in die Luft gestern Ah ok, zwei Spuren Revolver und Dings Und Revolver Munition dafür Ja, warte, Revolver Munition ist gut Habe ich glaube mal auch einen genommen Ich habe auch einen Revolver Achso Oder brauchst du einen Schuss? Naja, ich hab genug Hast du die andere Kiste schon genommen? Aber dann würde ich mal den Revolver das Wachbeinnehmen Weil der reicht für die Raptoren vollkommen Achso, stimmt Ja gut, dann meine ich jetzt Weil du hast den noch gar nicht hergenommen Da ist auch Revolver und Revolver Munition drin Ich habe selbst einen Schuss für einen Revolver Also Wie viel hast du? 53 Ich hab sie schon raus Weil ich nehme ja den Revolver als Hauptwaffe Naja Nimm die Axt Ich kann dir gern was abgeben Da vorne ist noch eine Kiste Hm Doch kann ich hier sitzen Zum Glück Oder zum Pech Wobei da gab es irgendwie keine so richtige Decke Und Gott die Wende hat man halt nutzt Ich weiß, dass man um die Wende rennt Aber auch der Aufsatzzeit Ja, ich geh jetzt so schnell die Aufsatzrunde Ich glaube mit so einem Baum bist du sicherer Was ist denn Was ist denn Was ist denn Die Anstellung steigt Die Anstellung steigt Die Anstellung steigt Scharfschutz-Munition du oder ich? Äh, wie viel denn? Zwei Schuss Und du Und Medizin Schaffst du die? Nein, ich hab eine Stunde hoch Dann könntest du noch mit bei mir rein Mhm Ja, wir können ja eh immer aufteilen als es Ja Und so weiter in der Kiste In der Kiste Das ist ein Ja, ich hab eine Sange Entwurde an Entwurde 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 Hier wäre es halt auch cool, wenn ein T-Rex kommt, wenn die Bäume, weil der vorne ist eine Lavastraße. Ziemlich groß ist, oder? Ich schau mal mit dem Fernglas, ohne ob ich irgendwas sehe. Ja, das sah gerade aus, als wäre hier oben ein Raptor, aber ist nichts. Also ist das richtig, dass wir hier hoch zur Base gehen? Ähm, mir gar nicht. Aber wir wollen noch weiter eine Klippe. Ah, nicht küsst du meinsch. Da ist halt... Ich seh da halt jetzt gerade gar nichts, ne? Ja. Was ist denn das für ein Umweg zur Base? Warte mal, die ist da oben. Das sind 4,5 Kilometer. Was? Ne, sorry, 1,5. Für andere ist ein Fuß. Die indische Angabe. Also 1,5 Kilometer. Es ist ein Trike. Gut, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen T-Rex sehen, gar nicht so klein. Weil da dringst Berg hoch ist dieses Death Valley. An der Base meinst du? Ja. Okay, dann gehen wir da hin. Weil da hatten wir ja schon mal das Vergnügen. Mhm. Da mussten wir uns zusammensuchen. Einer war glaube ich oben, der andere war unten und zwischen uns waren T-Rex. Und die können auch da an den Berg rum eiern. Und ich check das mal alles hier. Sehen tue ich jetzt nichts. Aber mach mir zu weit vor. Bist du hinter mir, oder? Ja, ich hab doch mit dem Firmglas gehört. Also. Hier zwei Matrikes. Einen links rein. Ja, links da noch eine. Ah, okay. Also hier, wenn uns ein T-Rex überrascht hat, war es halt gleich. Ja. Das ist richtig. Warte mal kurz, ich check nochmal mit dem Fernglas den Berg für uns. Ja. Rechts ist nix. Na, da ist auch nix. Okay. Ich bin wieder weiter gegangen, oder wie? Ein Stück nur. Bis 50 Meter vor mir. Da vorne ist auch ein Trike. Vorne rechts. Ja. Da kommt ein See. Na ja gut, See. Der Dreckpfütze ist das. Dreckpfütze, ja. Zwei scheiße Haufen. Na ja, das sind Vegetarier. Ja, sieht man schon. Ich glaub der T-Rex ist ein bisschen größer, der Haufen. Und da sind halt auch so Schädel drin. Ja. Ja. Wollen wir schon mal rechts gehen, oder? Ja. Gehen wir mal links, weil da vorne siehst du doch diese Schneise. Da wo wir grad drauf zugehen. Da ist ein Lagerfeuer. Der könnte Kisten sein. Lagerfeuer? Ja. Macht PDF. Allerdings war da schon mal ein Rexy. Ja. Da sind wir schon mal gewesen. Das ist doch supi. Ja, das ist total geil. Vor allem hier auf der offenen Stelle nirgendwo das zum Verstecken. Na gut, aber jetzt sehen wir halt auch direkt, ne? Ja. So ist das. Da vorne drin. Ja. Da vorne drin. Ja. Ja. Da vorne drin. Da vorne ist schon die beste Kiste. Wahrscheinlich steht der da drin und wir sehen ihn auch nicht. Die sind voll viele Kisten. Vielleicht ist das wieder ein Trike. Drei Kisten sehe ich. Das Schiff ist halt echt schon wieder. Und das Lagerfeuer ist halt an. Hier muss jemand gewesen sein. Vor kurzer Zeit. So ne. Fallenbogen. Super. Das ist mal scheiß, Alter. Da sind kleine Raptoren. Wolltest du grad sagen, ne? Das ist aber wahrscheinlich da drin gewesen. Ich sehe sie da oben. Ich sehe sie da oben. Machete? Sie sind auch weit genug weg eigentlich. Ja. Da links siehst du so links? Ja, da. Da. Lass mal hier auch so warten. Da sehen wir so. Das sind vier stücksteilig. Fünf. 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 Sicher dass sie kleine sind? Ja, die hören sich ganz anders an. Die quieken so. Ja, die sehen aus wie die großen und klein irgendwie. Ja, die sind halt bei 90 grad eingegangen. Ich geh mal vor und lock sie. Ja, okay. Na ja, gut. Check mal. Ich höre auch nichts in der uns kommt. WTF? Das sind voll viele. Ja, lach ich doch. Noo, wie viele. Oh oh. WTF? 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 Easy win. WTF? WTF? Einer noch? Ja. Der rennt doch hinten weg. Haha. Die ganze Family ausgeschaltet hier. Trophy shot. Oh Gott. Ich hab ihn. Echt? Ja. Geil. Warte mal. Wir werden Dinge so fotografieren. Kommst du arbeiten mal nach oder? Nein. Ich hol mal den einen da hinten nach, ok? Ja. Das war so richtig geil. Der ist so zick-zack drauf. Boom. Du hast noch so eine rote Wolke gesehen. Ok. Hast du ihn? Nein, ich bin noch gar nicht da hinten. Der ist voll weit gelaufen. Da liegt er. Ja man, da liegt er. Ich muss mal schauen, wo hab ich getroffen. So. Das sind 100 Meter auseinander. Mhm. Das ist hardcore. Ich hoffe, die Schüsse hat halt, oder der Schuss hat jetzt keinen Aufmerksam gemacht. Schauen wir mal, ne? Aber wie die da runter gewuselt kamen, weißt? Ja. Zuerst hab ich bloß 3, 4 gesehen und dann kamen halt da doch... Was waren das? 7, 8 Stück, oder? Nein, nein. Das waren 6, 6. Da liegt's noch einer. Ja. Der ist von dir. Kommst du? Ja, ja, ja. Schau. 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 Das sind die kleinen Viecher in Sumpfnähe. Äh. Ich glaub, die sind überall, wo das Gras hoch genug ist. Ja, das ist sehr schön. Da ist wieder so ein kleiner Wicht. Schau. 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 Oh, was? Ich hab schon wieder so'n kleinen Wicht gehört. Geil. Ich geh mal hier auf den Berg und check mal, ob ein Pernglas was vor uns ist, okay. Ja, ich komm mit. Ich hab hier oben aber auch irgendwas. Ja, wer hat's gerade verflüchtet? Hier den Berg hoch. Ich glaub einer ist noch abgehört. Ja? Der muss hier irgendwo sein. Hier ist die nächste Spur. Hier sind ganz viele Spuren. Hier, ne? Ja. Ja. Der flüchtet da gerade hoch. Ja. Da ist auch eine. Jetzt geht die da so rüber. Ja komm. Ja, da ist er. Schau'n. Schau'n hier ist er. Achten. Schau'n. Sehr schön. Okay. Ich check mal den Berg. Da vorne ist ne Kiste zwischen den zwei ebenen Bäumen. Und ansonsten sieht's eigentlich recht gemütlich aus. Recht gemütlich, ne? Meinst er? Ja. Hm. Gott, ich weiß nicht inwiefern dieses Fernglas die Textur und so aufnimmt. Ich glaub nicht so weit. Ob das die Kiecher dann schon erkennt, weißt. Warte ich könnte mal schauen. Unten war das so so ein Strike, oder? Kannst du mal schauen, dass ich da unten das Strike sehe, dann weiß ich ob das funktioniert. Ähm. Hier den Strike kannst du aufdecken, guck mal da. Wo? Knastisch unten in der Base. Hinter den vier Bäumen ist der, oder? Ja. Ne, sie ist nicht ganz vergessen. Fernglas ist ja super. Damit kann ich auch, dass die entfernen müssten anscheinend. Cooles Ding. Das war wieder so 399 Aldi. Vielleicht. Also wir gehen nochmal hoch zur Base. Äh. Mal gucken, was da geht da oben. Das ist noch ein Strike links von uns. Ja, das ist verdammt nah. Das geht gleich auf die Plus. Die haben schon geil gesehen. Es geht auf die Plus. Es geht auf die Plus. Oh ne, ey. Fischer. Wunderbar. Lass das. Lass das. Lass das. Lass das. Ich hab keine Ausnahme mehr. Warte, warte, warte. Warte, warte. Boah, alter, der zieht mir vor. Ich bin tot. Ne, oder? Doch. Bleib mal bei meinem Loot. Loll. Oh Gott, alter. Oh, ich bleib mal bei meinem Loot. Oh, geil. Wie sagst du? Diese Viecher. Die hab ich gar nicht gesehen. Ich hab eigentlich den da unten gemeint. Oh, jetzt ist die ganze Karte wieder auf. Nein, was hängt das? Ich bin gar nicht so weit weg von dir. Okay. Ich war eigentlich den da unten gemeint. Dann steht der Typ hier bei mir. Holy shit. Ja, gut, Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir den Schnitt. Und dann machen wir weiter, wenn der Band wieder da ist. Ja. Danke fürs Zuschauen. Servus. Ciao.